Nach der ersten Runde war alles klar. In der zweiten Runde habe ich einen Fehler gemacht, weil ich wusste, dass es nicht mehr 3-0 kommen kann. Ich muss alles geben oder einen Fehler von ihm holen. Ich habe die zweite, dritte Runde schon probiert und alles gemacht. Mein Gedanke war, dass ich vier holen muss. Und er hat diese Fehler geholt und dann gleich habe ich das gemerkt und dann durchgemacht.